Ach, Schatzi, ist das nicht schön hier am Meer? Ach, Sturm, es ist wunderschön! Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als mit dir am Meer zu sein. Allerdings! Schau doch mal! Was ist denn das Ekelhaftes? Weißt du denn nicht, was das ist, Schatzi? Nein! Das sieht ja... Ehh! Klipperig! Ach, Schatzi! Das ist doch eine Qualle! Ihhh! Quallen! Ach komm, hab dich nicht so! Wir gehen doch jetzt schön ins Wasser! Ich weiß nicht. Gibt es da noch mehr von diesen Dingern? Ähm... Naja... Ich glaube schon. Also es ist nicht nur diese eine Qualle. Wie ziehen Pferde in dieses Wasser? Ach, diese Frau macht mich wahnsinnig. Jetzt fahre ich extra mit der hier ans Meer und jetzt will sie nicht ins Wasser. Also das nenn ich mal Urlaub! Ja! Ja! Ja!